Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen an meiner Hausstrecke hier am Bilster Berg. Ich freue mich, ich darf euch heute den Skoda Octavia in der dritten Produktgeneration als Facelift vorstellen. Die dritte Produktgeneration wurde ja bereits 2013 vorgestellt. Wir haben auch ein Review von dem Skoda, damals von dem Skoda Kombi, auch von der Limousine. Das war aber noch das ganz alte Format, ich glaube 14 Minuten oder so. Und jetzt im Ende 2016 haben sie halt das Facelift vorgestellt, was man in der Front zumindest sehr gut erkennen kann an den geteilten Scheinwerfern jetzt. Gebaut wird das Facelift genauso schon wie die vorherige Version im Stammwerk der Tschechien in Mlada Boles war. Ich spreche nicht richtig aus, aber ihr wisst, was das gemeint ist, in Tschechien halt. Der hat auch schon beim Euro NCAP-Test der Vorgänger fünf Sterne geholt. Das hat sich jetzt hier nicht groß geändert. Ich habe den Wagen auch für euch konfiguriert. Hier ist der Online-Code. Könnt ihr auf der Skoda-Seite entsprechend eingeben. Allerdings da als Vorbehalt, als ich es probiert habe, gab es das Panoramastiebedach, was bei uns hier verbaut ist, noch nicht entsprechend zum Konfigurieren. Müsst ihr halt entsprechend dazunehmen. Mitbewerber gibt es natürlich reichlich. Wir befinden uns ja hier in der Kompaktklasse. Wir haben den Kombi, also wäre es der Golf-Variant als erstes. Der begründet ja die Golf-Klasse und das Schwestermodell der Seat Leon als ST, ebenfalls als Kombi. Aus Fernost, sage ich mal, der Kia Seed als Kombi oder der Hyundai i30 als Kombi. Und aus Frankreich der Renault Megane Grand Tour beispielsweise. Aber auch zum Beispiel der Astra natürlich als Sporttourer oder der Ford Focus Turnier. Skoda bietet den Octavia mit fünf Benzinern und vier Dieselmotorisierungen an. Bei den Benzinern steigen wir ein mit einem 1,2 Liter TSI. Der hat dann 86 PS. Darüber dann der 1 Liter TSI mit 115 PS. Ein 1,4 Liter TSI mit 150 PS. Ein 1,8 Liter TSI mit 180 PS. Und als Spitzenmotorisierung bei den Benzinern der VR mit einem 2 Liter TSI und 245 PS. Vier Diesel, sagte ich bereits, zwei 1,6 Liter TDI. Der kleine hat 90, der große 115 PS und zwei 2 Liter TDI. Der kleine hat 150 PS und der leistungsstärkste Diesel kommt mit 184 PS daher. Geschaltet wird abhängig von der Motorisierung mal mit einem manuellen 5-Gang, mal mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe. Dazu gibt es einen 6-Gang DSG und einen 7-Gang DSG. Da auch wieder abhängig von der Motorisierung. Der 1,8 Liter TSI und der 2 Liter TDI, die kommen serienmäßig mit Allradantrieb. Optional mit Allradantrieb. Dazu gibt es auch noch ein Erdgasfahrzeug, den 1,4 Liter TSI G-TEC heißt der dann, mit 110 PS. Geschaltet wird wahlweise nach Motorisierung, mal mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe, mal mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe. Optional dann je nach Motorisierung auch serienmäßig mit einem 6-Gang oder 7-Gang TSG. Für ein paar Motorisierung gibt es auch optional noch den Allradantrieb. Goda Deutschland hat uns als Testwagen hier den 2 Liter TDI mit 184 PS gegeben. Der hat ein maximales Drehmoment von 380 Newtonmeter. Die liegen im Drehzahlbereich zwischen 1.750 und 3.000 Umdrehungen pro Minute an. Verbaut ist hier eine Automatik, ein 6-Gang DSG und wir haben auch permanenten Allradantrieb. Und jetzt die restlichen Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Hier zu unserem Skoda Octavia Kombi mit dem 2 Liter TDI und 184 PS. Dank 6-Gang DSG beschleunigt er auch für mich von 0 auf 100 in 7,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 226 kmh. Der Skoda Octavia Kombi verfügt über einen Tankinhalt von 55 Litern. Bei einem Neftverbrauch laut Skoda von 5,1 Litern Diesel auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 1070 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Skoda mit 134 Gramm pro Kilometer an. Der Skoda Octavia Kombi ist 4,67 Meter lang bei einem Radstand von 2,68 Meter. Er ist 1,46 Meter hoch und misst in der Breite 1,81 Meter. Der Wendekreis ist mit 10,60 Meter angegeben. Das Leergewicht beträgt 1.485 Kilogramm, das zulässige Gesamtgewicht 2.048 Kilogramm. Der preiswerteste Skoda Octavia Kombi ist für 18.150 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 36.860 Euro. Kostet aber so wie er hier steht etwa 45.395 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 14, Vollkasko 19, Teilkasko 23. Das Facelift ist wirklich ein solches. Sie haben hier sehr schonend gearbeitet, die Front ganz leicht überarbeitet. Also zu den zweigeteilten Scheinwerfern kommt jetzt ein etwas breiterer Grill und hier unten die gefäckten Lufteinlässe, die kommen jetzt in Wabenstruktur daher. Das war es auch schon. Gut, den Skoda Octavia Kombi gibt es in vier Ausstattungslinien. Wir haben hier die höchste, ich lese nochmal ab, blaueren und klemmend L&K. Das ist sie halt und das solltet ihr auch immer berücksichtigen bei dem Kaufpreis. Wir haben hier fast volle Hütte. In der Basis kommt das Facelift mit Halogen-Scheinwerfern daher. Hier bei unserer Ausstattungslinie, bei der L&K, da sind die Voll-LED-Scheinwerfer schon mit dabei. LED-Tagverlicht haben dann alle Modelle entsprechend. Und die LED-Scheinwerfer sind auch adaptiv. Die passen sich entsprechend der Fahrweise und den Witterungsbegebenheiten an. Hier unten im unteren Bereich haben wir noch Nebelscheinwerfer verbaut. Da ist dann allerdings normales Leuchtmittel dran. 13 Farben stehen hier für den Octavia zur Auswahl. Unsere Farbe ist meines Erachtens das Laserweiß. Das ist 150 Euro Aufpreis. Könnte auch das Candy-Weiß sein. Das wäre dann umsonst genauso wie das Pazifik-Blau. Die Bodenfreiheit beträgt 14 cm hier bei unserem Fahrzeug und die höchste Ausstattungslinie des Lauren und Clement ist hier als Logo auch nochmal auf dem Kotflügel entsprechend verewigt. Ja, in der Basis, da steht der Octavia Kombi auf 16 Zoll Stahlfelgen. Dann geht es so langsam aufwärts. Bei unserer Ausstattungslinie L&K sind diese 18 Zoll Felgen im Turbinenlook dabei. Und die sind bezogen mit Kontinentalreifen in den Dimensionen 225, 40, R18 und das sind die Conti-Winterkontakt, ja, Conti-Winterkontakt, Winterreifen also. Am Heck hat sich beim Facelift nicht allzu viel getan. Stummelantenne ist geblieben, wie auch der Dachkantenspoiler mit integrierter Heckleuchte. Was wir überarbeitet haben, ist das Aussehen der Rückleuchten. LED-Rückleuchten in Klagerglasoptik, so liest es sich in der Pressemitteilung. Allerdings hier Blinker und Rückfahrlicht, das sind wieder herkömmliche Leuchtmittel, also da blinken ganz normale Lämpchen entsprechend. Ja, wer hier den Auspuff sucht, hier sind nicht mal Blenden unten zu sehen, obwohl das der stärkste Diesel ist, den wir hier haben. Der Auspuff sitzt links auf der Seite und ein bisschen versteckt. Dann will ich mal einsteigen und euch den Innenraum präsentieren, vorher die üblichen Angaben. Die Tür öffnet hier im 75-Grad-Winkel und wir haben auch eine lauren- und klemmend-Einstiegsleiste hier. Ja, ich möchte euch zeigen, wie man einsteigen kann. Das geht also sehr bequem und selbst wenn ich die Tür ganz aufgestoßen habe, komme ich da noch bequem ran. Herzlich Willkommen im Innenraum hier vom neuen Skoda Octavia oder vom Skoda Octavia Facelift. Wohlgemerkt mit der höchsten Ausstattungslinie Lauren & Clement, die beiden Gründer von Skoda. Und das ist hier auch im Übrigen nochmal festgehalten für mich zum Ablesen in diesen Klavierlackleisten hier oben. Ja, ich fange direkt an mit dem Materialcheck. Hier oben der obere Teil des Armaturenbretts, nicht das Dashboard des Armaturenbretts mit Soft-Touch bezogen. Und auch im unteren Bereich kann ich schön reindrücken. Das Braun, was ihr hier übrigens seht, falls ihr es erkennen könnt, das ist also ein sehr dunkles Braun, ist serienmäßig dabei. Der Deckel vom Handschuhfach dann aber wieder mit Hartplastik bezogen und hier unten auch der ganze Mitteltunnel, das ist Hartplastik. In den Türen, das ist kein Soft-Touch, das ist eigentlich hartes Plastik, aber hat so eine softe Handanmutung, sage ich mal. Dann hier so eine Applikationsleiste mit schwarzem Klavierlack, darunter dann Kunstleder, Hartplastik am Griff und auch unten dann Hartplastik an der Türtasche. Das Lenkrad ist aber mit Leder bezogen und hier habe ich auch Kunstleder, die Sitze mit Alcantara in der Sitzfläche und in der Lederbahn oder Kunstlederbahn außen halt. Was ich aber schön finde, ist auf jeden Fall das Alcantara. Mich würde es auch freuen, wenn die Hersteller noch mehr dazu übergehen, Alcantara anzubieten, vor allen Dingen auch in den Premium-Ausstattungen. Die A-Säule, da ist kein Stoff drüber, das ist Hartplastik und der Himmel leicht unterschäumt und das ist dann ein beiger Stoff, den ich hier fühle. Ja, gut, also Skoda hat ja nicht den Anspruch, Premium zu sein. Ich finde es ansehnlich, aber vom Materialmix hier ist halt viel Hartplastik dabei. Was soll ich sagen? Ja, was das Platzangebot angeht, wir haben ja hier das große Panoramaschiebedach verbaut. Jetzt sollte ich das vielleicht mal ganz galant zufahren. Zum Dach habe ich natürlich hier mehr als eine Faust Platz. Das kann ich schon mal sagen. Achso, ich soll es ja immer so machen. Zum Dach mehr als eine Faust Platz und auch zu dieser Jalousie, die sich hier zuzieht, habe ich genug Platz. Allerdings hier, wenn ich dann so ein bisschen weiter rüber gehe, da wird es schon eng. Das ist dann eher eine flache Faust als eine hochstehende Faust. Also hier ist das ein bisschen eingeschränkt. Ich sitze aber auch schon auf der tiefsten Einstellung, wie eigentlich immer. Wisst ihr ja. Gut. Und sonst vom Platzangebot. Ich bin den Wagen ehrlich gesagt nur alleine gefahren, aber damals mit Jens ja auch zu zweit. Also man kann hier bequem in einem kompakten zu zweit sitzen. Zwischen den Sitzen so viel Platz jeweils. Man ist nicht beengt, aber die Mittelarmlehne reicht eben auch nicht, dass beide da ihren Arm ablegen können, sondern das mache ich dann als Fahrer halt. Ist klar. Ich fahre ja auch. So, Mütze wieder auf. Weil die Sonne so blendet. Nee, weil mir irgendwie kalt ist, obwohl es warm ist draußen. Ganz komisch. Okay, dann geht es weiter mit der Ergonomie. Eigentlich könnte ich vorfassen hier schon mal. Der Warnblinkschalter genau da angebracht, wo ich ihn haben will. Aber ich sage es nachher nochmal einfach. Dann vergisst du es einfach wieder. Dann haben wir hier das große Navi jetzt verbaut, was wir auch schon kennen vom Golf. Oder was ich euch im Golf schon vorgestellt hatte. Ein Touchdisplay. Und es fehlen halt Knöpfe. Also ich habe hier nichts mehr zum Drehen, nichts zum Scrollen. Nicht um die Lautstärke mal eben zu beeinflussen, sondern da muss ich hier wirklich drücken. Oder den Finger halt, geh mal, geh mal, geh mal. Oder den Finger halt draufstehen lassen. Dann darunter eine ganze Reihe Klimatisierung. Erstmal Sitzheizung und ein paar Tasten. Und darunter dann nochmal die Drehregler entsprechend dazu. Hier im unteren Bereich, halbverdeckt von meinem iPhone, ist der Modschalter für die Fahrmodi. Zentralverriegelung, Parkassistent und die elektrische Heckklappe kann ich hier öffnen. Im hinteren Bereich dann gar nichts. Wir haben ein Multifunktionslenkrad hier verbaut. An der Lenksäule drei Schalter. Auf der rechten Seite der Scheibenwischer vorne und hinten natürlich. Dann ein klassischer Lichtschalter, beziehungsweise ein Blinker, Fernlicht, Lichthupe. Ihr wisst Bescheid. Und im unteren Bereich habe ich dann noch links den adaptiven Tempomaten, den ich hier steuern kann. Der Lichtschalter, der richtige Lichtschalter, der ist dann verbaut hier links neben dem Lenkrad. Das ist ein Drehschalter aus dem VW-Regal, den kennen wir auch schon ein paar Jahre. Und in der Tür im oberen Bereich die Spiegelverstellung und im unteren Bereich dann die elektrischen Fensterheber. Im Übrigen, so ziemlich alles, was ich hier habe, ist Serie beim L&K. Also eine Lenkradheizung ist dabei, die gehört nicht zur Serie und das große Infotainmentsystem eben nicht. Aber der Rest, zumindest von der Innenausstattung, elektrische Kofferraumklappe kostet auch extra. Aber das Kenten-System zum Beispiel, das ist Serienausstattung hier in dem Auto. Gut, das war es zur Ergonomie. Dann kann ich auch schon gleich loslegen. Guckt mir heute alles so schnell vor. Ich habe eine manuelle Gurthöhenverstellung. Die Gurte nicht in braun gehalten, sondern in schwarz. Und so viel Platz habe ich, wenn ich mich anschnallen möchte. Die Sitze sind elektrisch zu verstellen, ganz vor und ganz zurück. Ich fahre wenigstens einmal zurück. Da war neulich mal die Frage, wie weit man zurückkommt. Ich bin ja 1,80 Meter groß. Ja, das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Komme ich nicht mehr an die Pedalenranden. Mist. Dazu kann ich den Sitz auch Höhen verstellen und entsprechend ankippen, wenn ich möchte. Also vorne oder hinten höher stellen. Entschuldigung. Und die Lehne kann ich auch vor und zurück stellen. Weil natürlich die Kopfstützen muss ich allerdings manuell verstellen. Dazu gibt es eine Lordose-Stütze. Da kann ich das Luftkissen nicht nur rein und raus fahren, sondern auch entsprechend hoch und runter. Also in vier Richtungen verstellen. Die Sitze lassen sich beheizen über eine dreistufige Sitzheizung. Ich finde, die Heizleistung ist prima, wenn sie erstmal angeht. Also sie springt schnell an, es wird schnell heiß. Aber danach lässt die Heizleistung auch dann für mich persönlich ein bisschen zu schnell wieder nach. Aber es bleibt trotzdem mollig. Und wenn man das hat, das Feature... Das ist mir hier richtig an. Wenn ich die entsprechend anstelle, dann springt auch automatisch die optionale Lenkradheizung an. Die ich dann hier aber über das Display auch deaktivieren kann, wenn ich das nicht haben möchte. So, nun wieder aus. Das sind die Sitze. Das Lenkrad ist manuell zu verstellen. Das ist hier der Radius. Und ich habe überhaupt keine Probleme gefunden, hier eine gute Position zu finden für mich zum Fahren, bei der ich trotzdem noch das komplette Cockpit einsehen kann und ablesen kann. Ist auch ordentlich. Ja, wir haben Schaltwippen an beiden Seiten, so schwarze Plastikplätzchen sind das. Die sind hinten ein bisschen angeriffelt, dass man den Finger gut einhaken kann. Ein relativ klein, aber trotzdem noch gut zu erreichen von den Fingern her. Es ist wie gesagt ein Multifunktionslenkrad. Auf der Seite habe ich erstmal die Lautstärkeregelung über ein Drehrad gelöst. Wenigstens hier habe ich ein Drehrad. Das finde ich schon mal gut, dass ich hier nicht auch wieder nur rumklicken muss. Noch ein Taster für die Spracherkennung und ich kann mich hier durch die Bereiche noch durchklicken, links, rechts. Also weiter skippen wir im Prinzip. Auf der rechten Seite bediene ich den Bordcomputer und kann noch Telefonate annehmen. Und ich habe hier noch eine Taste, um in die Assistenten reinzuspringen, um die entsprechend zu aktivieren oder deaktivieren zu können im Bordcomputer-Menü. Ja, die Spiegel sind eigentlich von der Spiegelfläche relativ klein, finde ich zumindest. Dafür versucht sportlich gestaltet und von der Spiegelfläche reichen sie mir aber auch, um den rückfeiertigen Verkehr im Auge zu behalten. Das gilt auch gerade ebenso für den inneren Rückspiegel. Hier merkt man dann auch wieder die preiswertere Abstufung. Der ist nicht rahmenlos wie jetzt in den meisten Modellen aus dem VW-Konzern und auch noch mal ein bisschen kleiner. Also ich kann mit einem Blick das komplette Heckfenster einsehen, aber sobald ich den Kopf bewege, dann komme ich da an die Ränder entsprechend ran. Also passt das aber. Der Blick über die linke Schulter, alles in Ordnung. Die B-Säule ist okay. Über die rechte Schulter A-Säule in Ordnung. Schon ein bisschen grenzwertig hier mit der Box in dem Dreiecksfenster quasi. Da ist ja der Lautsprecher verbaut. Und auch der Spiegel passt aber. B-Säule okay, C-Säule okay. Und auch die D-Säule ist gar nicht mal so breit. Also der Wagen ist schon sehr übersichtlich. Da kann man nicht meckern. Dann werde ich jetzt den Motor mal für euch starten, um das ganze Cockpit hier zu zeigen. Der Startknopf ist übrigens hier an der Lenkssäule verbaut. Also normalerweise sucht man ihn ja eher hier bei Skoda dann quasi hier unten. Das geht aber auch. Und ich starte mal den Motor, um die ganze Fackel hier zu holen. Ja, ich muss tanken. Wir haben ein klassisches Setup. Also noch quasi analoge, in Anführungszeichen, analoge Rundinstrumente. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Ablesen dieser weißen Zahlen auf dem silbernen Hintergrund. Es geht dann aber doch besser, als man eigentlich denkt. Aber wenn man so drauf guckt, denkt man sich, was haben die da gemacht? Während der Fahrt ist es gar nicht jetzt so störend. Vor allen Dingen im Dunkeln, dann geht es schon wieder ganz gut. Wir haben da so ein Drehzahlmesser. Bis 6000 Umdrehungen ist er ausgewiesen. Bei 5000 Umdrehungen fängt der rote Bereich an. Darin integriert die Anzeige für die Kühlflüssigkeit. Und auf der anderen Seite entsprechend der Tachometer ausgewiesen bis 260. 220 fährt der Wagen. Naja, da ist noch ein bisschen Luft, aber es ist auch in Ordnung. Und im unteren Bereich dann die Benzinuhr. Und was ihr nicht seht, da ist auch ein Pfeil zur rechten Seite, wo der Tank sich befindet. Da ist jetzt aber gerade der Zeiger drüber. In dem Sinne eigentlich ein bisschen unklug gelöst. Weil wenn ich keinen Sprit habe, kann ich das nicht so einfach erkennen. Aber gut, die meisten kennen ja ihr Auto. Ihr seht hier schon so ein paar Leuchte-Icons im Prinzip, die man sieht. Im unteren Bereich haben wir dann auch noch welche. Die Handbremse ist natürlich hier angezogen. Und der aktive Spurhalteassistent hier in orange gezeigt, weil er keine Spuren erkennen kann. Ich bin am Bilsterberg, da gibt es auch keine Spuren hier. Also zumindest auf dem Parkplatz, wo ich stehe, entsprechend da auch wird er angezeigt. Im oberen Bereich habe ich die Uhrzeit eingeblendet und das jeweilige Fahrprogramm. Wenn ich jetzt also hier mal einen Rückwärtsgang einlege, wäre das eher da. Oder wenn ich auch in Drive gehe und dann manuell schalte, entsprechend die Gänge und ob Start und Stopp jeweils aktiviert ist. Im unteren Bereich dann der Trip. Also wann ich das letzte Mal den Trip-Computer... Gott, was erzähle ich denn hier? Also ihr wisst das schon, die Trip-Anzeige. 1400 Kilometer, fast 1500. Ich bin allerdings gar nicht so viel gefahren. Dann noch die Außentemperatur. Es ist also gar nicht so kalt. Hier der Wert vom adaptiven Tempomaten. Und dann noch die Himmelsrichtung, in die ich hier gerade stehe. Ganz klar nach Osten, würde ich sagen. Dann das verbleibende Fensterchen. Das ist jetzt quasi der Bord-Computer, den ich also hier rechts über das Lenkrad bediene. Ich kann jetzt also entweder durchrollen durch die einzelnen Sachen. Vielleicht sollte ich das ein bisschen langsamer machen, dass ihr das auch verfolgen könnt. Öltemperatur, da sollte ich wieder ankommen. Da ist die Geschwindigkeit. Das sind also die Werte, die man sich anzeigen lassen kann. Man kann die aber auch teilweise wieder deaktivieren. Jetzt bleibe ich mal hier. Und dann kann ich noch wechseln zwischen Fahrdaten, Assistenten. Das hatte ich ja eben schon gezeigt. Wenn ich jetzt hier die Scroll-Taste benutze, dann kann ich da auch durchscrollen und die entsprechend aktivieren oder deaktivieren. Ich will aber eigentlich weiter. Navigation kann mir hier halt auch eingeblendet werden. Die nächsten Navigationsmeldungen. Und hier habe ich dann auch noch so Kurzwahltasten im Prinzip zu den letzten Navigationszielen. Audio, ich höre mal Radio Bob. Auch hier kann ich scrollen und einen anderen Sender einstellen. Wo ist jetzt Bob? Naja, hat ja gut geklappt. Das auch wieder über das Drehrad telefonieren könnte ich, wenn ich wollte. Zum Fahrzeug selber gibt es dann auch noch die Meldungen entsprechend, wenn es Meldungen gibt. Und da sind wir bei den Fahrdaten und haben im Prinzip auch alles einmal abgegrast. Das ist also das Cockpit hier. Dann haben wir hier also das Amundsen. Ich habe es mir nicht merken können. Das ist also nicht mehr das Columbus das Größte, sondern wir haben das neue System jetzt nochmal größer genannt. Man kann hier auch drahtlos laden. Da seht ihr es. Und es ist also 9,2 Zoll großes Touch-Display. Ich kann hier ins Menü springen oder in die Home-Ansicht. In der Home-Ansicht habe ich hier diese drei Kacheln, die ich auch konfigurieren kann, wenn ich denn möchte. Und kann jetzt hier auch sagen, das sind quasi Shortcuts zu den jeweiligen Seiten, wo ich dann mehr Informationen erhalte. Kann aber auch hier direkt durchscrollen, wenn ich möchte. Das System ist sehr responsive. Also das reagiert sofort, wenn ich hier irgendwas anklicke. Und ich habe auch eine akustische Rückmeldung. Kein haptisches Feedback, aber zumindest ein akustisches. Und wenn ich jetzt hier nochmal gucke, Radio. Soll ich sie einmal durchgehen? Also im Schnelldurchlauf. Ich kann hier die unterschiedlichen Bänder wählen. DAB, das ist optional. Oder FM. Eine Senderliste. Optional nochmal zu der Ansicht eben. Kann manuell die Sender einstellen. Wieso komme ich da jetzt nicht wieder zurück? War auch mal schön, wenn man hier so merkt, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und jetzt? Ach, da unten wieder. Manuell. Verschiedene Ansichten. Und im Setup noch Einstellungen. Hier. Nicht, dass ich nachher losfahre und ich weiß, was ich hören soll. Medien ist auch klar. Man kann verschiedene Quellen benutzen. Wir haben hier die Jukebox-SD-Karten, die hier entsprechend verbaut sind. Im Handschuhfach. Einen Aux-Innenanschluss haben wir auch. Da unten ist er. Und dann eben den normalen USB-Anschluss. Beziehungsweise per WLAN und Bluetooth. Kann ich auch noch Musik streamen. Ich habe die Skoda Connect-Dienste. Also ja, habe aber nie einen Code eingegeben. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn mitgekriegt haben. Dann Apple CarPlay. Hier, mein iPhone ist halt verbunden mit dem USB-Port. Mit dem neuen Update vom iOS haben wir jetzt auch hier drei Kurzweiltasten noch dazu gekriegt. Warum auch immer. Kann ich da halt schnell reinspringen und muss nicht immer den Weg über das Menü gehen. Ich meine jetzt auch Amazon Music. Das ist auch neu mit dem Update gekommen. Mit dem iOS-Update. Und was ich auch schön finde hier, die volle Breite des Displays wird entsprechend benutzt zur Abbildung der Icons oder der App-Icons, die wir zur Verfügung haben. Ja, wieder zurück ins Menü. Telefon ist klar, da brauche ich nichts groß zeigen. Das Fahrzeug haben wir hier unterschiedliche Ansichten halt. Können aber auch hier nochmal auswählen. Komfortverbraucher ist klar, wer gerade wie viel Benzin verbraucht. Die Fahrdaten selber nochmal. Die haben wir auch schon im Bordcomputer, aber hier nochmal größer angezeigt. Drive Green im Prinzip spielerische Heranführung, wie ich effizient fahren kann. Und den Fahrzeugstatus hatte ich euch eben schon gezeigt. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal angucken hier. Mal ein bisschen ausprobieren. Und hier hätte ich dann nochmal Zugriff auf die Medien. Und auch hier kann ich, habe ich das Setup entsprechend. Kann also Sachen einstellen. Kombi-Instrument, da müsste es jetzt eigentlich sein. Genau, das ist, wenn ich durch den Bordcomputer gehe, kann ich jetzt sagen, welche Sachen möchte ich denn haben. Verkehrszeichenerkennung, okay. Öltemperatur, da brauche ich alles. Aber man könnte jetzt hier Eco-Tipps, braucht ihr ja nicht, oder? Komfortverbraucher, raus. Durchschnittsverbrauch, raus. So, und dann ist hier beim Durchscrollen entsprechend weniger zu sehen. Zack. Dann gehen wir also auch nochmal zurück ins Menü. Die Navigation. Das ist halt, finde ich persönlich, ein großer Nachteil jetzt. Ich kann hier wirklich nur noch auf dem Ding mich bewegen. Also mit meinen Fingern. Und muss dann meistens noch diese Taste drücken, um mein Auto überhaupt wiederzufinden. Wenn ich das jetzt hier nicht schlüssig gemacht habe. Übrigens hier auch wieder der Ernährungssensor, ist klar. Dann kann ich ein neues Ziel eingeben. Das mache ich jetzt natürlich auch mal und sage, Bielefeld-Werther. Die Straße hat er übernommen auch schon. Und will ich aber gar nicht. Ich will ja eigentlich noch eine Hausnummer eingeben. Probieren wir das mal so. Ja, übernimmt er auch direkt. Und ich glaube, ihr habt es gesehen, während ich das jetzt hier bedient habe. Das geht wirklich ratzfatz schnell. Gibt mir halt drei Routen hier zur Auswahl. Ja, die grüne würde ich nicht nehmen, sondern immer die schnellste. Und das ist dann hier schön über die Autobahn, vom Bilsterberg dahin. Und wenn ich das Ganze abbrechen möchte, geht das auch sehr schnell. Das finde ich auch immer wichtig, dass man die Routenführung mal eben beenden kann. Wenn man nämlich dann sich überlegt, doch woanders hinzufahren. Hier sehe ich dann auch nochmal mein Fahrprogramm. Ich habe ja unterschiedliche Fahrmodi. Und wenn ich das jetzt auf Komfort stellen würde, dann sieht man hier in der Navigation auch entsprechend das eingeblendet. Dazu noch, wir haben ja hier eine verbaute SIM-Karte, unter anderem für die Dienste. Das Signal wird hier entsprechend angezeigt und Ton ist halt ausgestellt. Es wird auch kein Handy geladen. Und hier nochmal die Doppelung der Uhrzeit und auch der Außentemperaturanzeige. Verkehrsmeldungen, auch die kommen wahrscheinlich nicht nur per TMC, sondern auch online. So würde ich das zumindest lösen, wobei da eben TMC eingeblendet wurde. Media Command, kann ich also hinten hier auf der Rücksitzbank ein Tablet dranhängen und das auch entsprechend verbinden. Da gibt es ja noch so eine App von Skoda für... Ich kann mir Bilder ansehen. Haben die hier Bilder drauf? Nee, ne? Auch unterschiedliche Quellen dazu angeben. Das ist so ein bisschen blöd, ne? Ich muss jetzt aufs Menü gehen und dann wieder so rüberwischen. Den Klang hier kann ich noch entsprechend einstellen. Zum Beispiel eine Fahreroptimierung oder nur nach vorne oder alle dürfen es haben. Dann hat man einen Equalizer, der entsprechend vorgegeben ist. Könnte aber auch individuell sagen und dann alles selber regeln. Und den Subwoofer kann ich halt auch noch entsprechend hier ein bisschen mehr Druck verpassen. Touchscreen-Ton könnte ich auch deaktivieren. Ich finde den aber eigentlich ganz nett, weil es gibt ja schon kein haptisches Feedback. Dann sollte man wenigstens wissen, dass man hier drauf drückt. Und dann kann ich noch das System selber, das hat natürlich auch noch Einstellungen, die kann ich hier benutzen. Unter anderem hier den WLAN-Schlüssel mehr raussuchen und so weiter und so fort. Das System als solches finde ich klasse. Das ist ja quasi eine Weiterentwicklung von dem modularen Infotainment-Baukasten von Volkswagen. Auch mit den Kacheln finde ich alles gut. Ich finde das jetzt auch schön, dass wir hier diesen Homescreen gemacht haben. Der ist ja eigentlich schon ganz passend. Das Einzige, was mich wirklich an dem ganzen System stört, ist halt, also mich persönlich, dass ich keine Drehregler habe. Zwei Sachen möchte ich einfach machen können. A. Die Lautstärke mal schnell runter- und hochdrehen. Und B. Aus der Karte rein- und rauszoomen. Und ich hoffe, dass Sie bei der Weiterentwicklung das beachten, beziehungsweise sich da noch mehr Leute drüber beklagen, dass das dann entsprechend wieder zurückkommt. Jetzt lege ich auch nochmal den Rückwärtsgang ein. Dann seht ihr die Rückwärtsfahrkamera. Das ist also hier zweigeteilt. Auf der einen Seite habe ich die Abstandswarner an sich und dann nochmal das volle Bild der Rückwärtskamera. Und hier seht ihr ganz schön, die Linien lenken auch entsprechend oder bewegen sich mit mit der Lenke-Geschichte. Und hier kann ich jetzt sagen, wo ich einparken möchte. Da gibt es halt die unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja, das war es zur Rückwärtskamera. Gut, soweit zum Cockpit. Dann habe ich einmal den Warnblink-Schalter. Der sitzt ja hier entsprechend, hatte ich euch eben schon gezeigt. Besser kann er gar nicht angebracht werden. Kommt man gut ran, sieht man sofort. Da gebe ich einen Daumen nach oben. Als ich das erste Mal was zum Ambient-Gleiser ehrlich gesagt habe, im Rahmen des Innenraum-Checks, habe ich alles falsch gemacht. Von daher drehe ich das jetzt nochmal nach. Sieht also alles ein bisschen anders aus. Hier Ton vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Aber bei Fahrzeug haben wir das Setup, das hatte ich euch gezeigt. Hier gibt es auch Ambient-Beleuchtung. Und da seht ihr die Farbpalette entsprechend. Entschuldigung, wenn ich hier die Helligkeit anpassen will, sagt er mir auch nochmal, ich habe zwei Bereiche. Einmal in den Türen jeweils, wo ich die Lichtstärke anpassen kann. Und dann auch nochmal im Fußraum. Und da, wie gesagt, nicht nur vorne der Fußraum, sondern auch hinten. Jetzt springe ich hier nochmal in die Farbpalette. Ja, brauche ich nicht zeigen. Und versuche das hier mal. Wie kann ich das denn am besten zeigen? Wie macht er das? Weiß, orange. Ja doch, jetzt sieht man es. Rot, lila. Flieder oder lila, ganz lila. Blau. Hellblau. Grün. Und hellgrün. Das sind die Farben, die ich hier zur Auswahl habe. Sowohl auf der Seite, als auch auf der Seite. Aber auch hinten mit drin, da sind die auch entsprechend zu sehen. Dazu haben wir hier verbaut, das große Schiebedach. Das kann ich jetzt zum einen die Jalousie auffahren. Eigentlich wollte ich das schon die ganze Zeit gemacht haben, damit das hier im Innenraum ein bisschen heller ist. Die Jalousie kann man also ganz hinten einfahren, sodass die hinten dann auch ein bisschen Sonne reinkriegen. Und dann habe ich diesen Drehregler, über den ich den Öffnungsgrad verstelle. Ich kann das Ding aber auch drücken, um das Fenster nur hinten aufzustellen. Wie sich das dann nachher anhört, erzähle ich euch beim Fahreindruck einfach mal. Gut. Was fehlt noch? Der Hupen-Check natürlich. Und so hört sich die Hupe an hier. Da bin ich auch schon wieder. Was für eine Überraschung für euch, ne? Vor allen Dingen für die Stammzuschauer. Jetzt kommt natürlich der AusfahrTV-Innenraum-Check. Eigentlich das, womit wir groß geworden sind, glaube ich. Ich zeige euch die ganzen Ablagemöglichkeiten hier im Innenraum. Wir fangen natürlich an mit den Türtaschen. Und hier erstmal passt locker diese 1,5 Liter Flasche rein. Das ist gar keine 1,5, sehe ich gerade. Ich erzähle hier mal 1,5 Liter. 1,25. Egal. Die ist aber auch flachbäuchig im Prinzip. Also wenn man jetzt diese großen, dicken Flaschen hat, das wird nicht passen. Aber diese Flasche hier passt da locker rein. So natürlich auch ein Liter oder ein halber Liter. Dahinter ist dann immer noch jede Menge Platz. Da habe ich unter anderem jetzt die 1,5 Liter Flasche reingeklemmt, damit ich die hier gleich noch einsetzen kann. Links neben dem Lenkrad ein kleines Staufach. Innen so ein bisschen mit Samt ausgekleidet. Sonst aber viel Hartplastik. Guck ich hier mal. Die Türtasche ist zur Tür hin auch ausgekleidet mit so einem Stoff. Aber zu mir hin halt, da ist nur Hartplastik. Entschuldigung, ich glaube, ich werde krank. Gut, aber wenn ihr das seht, dann werde ich wahrscheinlich schon wieder gesund sein. Hier haben wir erstmal gar nichts. Dann gibt es hier vor dem Gangwahlhebel ein Fach, rutschfest ausgekleidet. Da gibt es auch eine Klappe, die ich schließen kann. Das ist alles hier so schwarzer Klavierlack. Da sehe ich auch ein Icon, nämlich genau dieses QI. Da kann man also die Telefone, die das unterstützen, drahtlos laden. Dazu aber auch ein Telefonsymbol, was mir zeigt, okay, es ist eine Telefonbox. Wenn ich das Handy da reinlege, habe ich in der Regel einen besseren Empfang, weil das Auto den Empfang entsprechend verstärkt. Wenn ich hier so ein oller iPhone-Nutzer bin, wie ich das nun mal bin, muss ich ja mit Kabel laden, geht es nicht anders. Dann habe ich hier auch direkt den USB-Anschluss und auch noch den AUX-In-Anschluss. Man sieht das allerdings hier bei mir ganz schön. Zumindest wenn man das große iPhone hat, und ich habe ja das Poser-iPhone, dann bleibt das Kabel hier irgendwie hängen. Ich kann das auch versuchen, da reinzustopfen, aber es bringt mir nicht viel, weil entweder habe ich es vor den Schaltern, noch schlimmer am Gangwahlhebel. Also sage ich, häng doch bitte in den Fußraum vom Beifahrer. Hinter dem Gangwahlhebel habe ich nochmal einen 12-Volt-Anschluss und hier so ein Simply Clever-Einsatz im Prinzip von Skoda. Da kann ich nämlich den Schlüssel reinstecken. Und theoretisch könnte ich natürlich auch hier mein iPhone reinstecken. Bloß das macht ja wenig Sinn, wenn da das Signal verstärkt wird. Warum sollte ich es denn hier haben? Das wäre ja allenfalls für irgendwelche bösen, bösen, bösen Leute, die das iPhone während der Fahrt in die Hand nehmen wollen und dann das hier so easy access haben. Ich kann das Ding natürlich auch rausnehmen. Nein, Herr Wachtmeister, da war mein iPhone nie drin. Und euch zeigen, dass diese halbe Liter Flasche hier reinpasst. Das sind im Prinzip drei Getränkehalter, zwei größere. Allerdings ist hier auch auf Abstandshalter verzichtet worden. Und in der Mitte habe ich dann noch so ein Ding, da könnte ich wahrscheinlich so eine, ich will nicht Red Bull sagen, aber so eine Red Bull-Dose halt da reindrücken und dann hält die auch nochmal. Aber auch die Flasche hier, auch ohne Abstandshalter, fällt die nicht raus. Kippelt allerdings so ein bisschen hin und her. Die ist aber auch leer getrunken. Ja, echten Handbremshebel hier noch. Also keine elektronische Feststellbremse. Und die kollidiert aber so ein bisschen der Handbremshebel mit der Verstellung der Mittelarmlehne. Die kann ich nämlich wirklich weit rausziehen und auch nochmal in der Höhe verstellen oder arretieren, wie ich oft gerne sage. Oder ich klappe sie ganz zurück, sehe dann hier nochmal ein kleines Hartplastikfach und ein bisschen Filz drin. Anschlüsse gibt es auch nicht. Und da gibt es auch nochmal so eine zweite Ablage. Das war's. Das Handschuhfach, das erste Mal klimatisierbar, habe ich hier so einen Drehregler. Im oberen Bereich ist das erweiterte Teil vom Infotainment-System, Skoda Multimedia steht da dran. Zwei SD-Slots, ein SIN-Karten-Slot und da kann ich auch den Airbag für den Beifahrersitz ausschalten, wenn ich dann hier meinen Kindersitz montieren möchte. Handschuhfach selber ist nur diese Mappe hier bei uns drin. Unten Kuli, also einen Stifthalter gibt es auch. Da wäre aber auch noch ein bisschen Platz für andere Sachen. Das ist gar nicht so klein. An beiden Sonnenblenden habe ich Make-up-Spiegel. Und die sind nicht beleuchtet, stelle ich gerade fest. Wohlgemerkt, das ist hier die höchste Ausstattungslinie, die wir schon haben. Gibt es nicht. Dafür gibt es einen Cliphalter. Der ist quasi gedoppelt, weil ich ja als Simply Clever-Lösung hier auch noch einen habe. Für die Parktickets, die ich hier ziehe, wenn ich irgendwo parke und belegen muss, dass ich da auch parken darf. Und Ticket gezogen habe. Wir haben Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Die sind allerdings auch nicht mit LEDs gelöst, die Leseleuchten, sondern mit gelblichem Licht. Das kann nicht LED sein. Und beide zusammen ergeben dann die Einstiegsbeleuchtung. Dann habe ich hier halt nochmal den Drehregler, habe ich euch ja eben schon gezeigt, für das Schiebedach. Und hier noch drei Buttons, die ich nicht drücke. Service, Info und SOS. Ja, Haltegriffe gibt es übrigens auch auf beiden Seiten. Und vergessen habe ich natürlich unter dem Fahrersitz ist auch nochmal... Ich hätte das mal abstellen müssen. Ein kleines Fach hier für die Warnweste. Und wo ich das schon vergessen habe, hier habe ich noch nicht mehr geguckt. Auf der Beifahrerseite ist dann genau das gleiche. Nee, ist ein Schirm. Der ist also nicht mehr in der Tür, sondern so ein kleiner Knirps ist jetzt hier unter dem Beifahrersitz angebracht. Das ist ja schick. So, das kann man ja machen, ne? Ich habe ja wirklich überlegt. Simply Clever. Marketing hier, ne? Kleine Marketing. Ja, nee, aber finde ich wirklich clever. Und so ist nochmal das so Logan, ne? Simply Clever. Gut, dann sage ich mal, das war es. Von vorne. Ob nun Vielfahrerauto oder aber Familienwagen. Natürlich haben wir hier fünf Türen bei dem Wagen. Und hinten auch genug Platz, hoffe ich mal. Auch hinten die Türen öffnen sich im 75 Grad Winkel. Hinten ist das Einstiegsfenster ein bisschen kleiner als vorne. Trotzdem muss ich nicht mal groß den Kopf einziehen, um hier einzusteigen. Und an die Tür komme ich selbstverständlich auch locker ran. Ja, so sieht es hinten aus, hier im Skoda Octavia Kombi. Ich nehme mal wieder die Mütze ab. Auch hier habe ich genau wie vorne zwischen meinen Kopf, falsche Hand, zwischen meinen Kopf und den Dachhimmel passt nur quer die Faust. Es sei denn, ich bin hier, dann passt es auch wie vorne entsprechend richtig. Nochmal dazu, ich bin 1,80 Meter groß. Der Vordersitz ist auf mich eingestellt. Ich habe hier dann auch entsprechend Beinfreiheit, kann mich nicht beklagen. Auch im hinteren Bereich wird unter den Sitzen der Fußraum beleuchtet. Ich sehe nämlich hier gerade meine orangenen Schuhe leuchten. Und auch hier hinten vom Material her sitze ich auf Alcantara, auf den beiden äußeren Sitzflächen zumindest. Und in der Mitte ist dann aber das Lederzeug halt. Jetzt setze ich mich einmal kurz in die Mitte, da muss ich den Fuß über den Kahnantunnel heben. Wir haben ja hier Allradantrieb. Hier sitze ich natürlich deutlich härter, nicht halb so komfortabel. Aber... Naja, nee, nix aber. Also mein Po verdeckt quasi, mein zarter Po, verdeckt quasi die Gurtpeitschen. Und auch mit meinen Oberschenkeln, selbst wenn ich sie zusammendrücke, bin ich über den Sitzflächen. Also drei ganz hier hinten, sehr kuschelig das Ganze. Ja, dann haben wir hier hinten elektrische Fensterheber. Ohne Start-Stop, also ohne Automatik, wollte ich sagen. Lassen sich erstmal ganz versenken, man sieht es auch ganz schön, getönte Fenster. Und jetzt spielt das Kind hier draußen. Oh, da bin ich aber froh. Und Vati macht vorne die Scheibe hoch. Aber da ist ein Widerstand und sobald der erreicht wird, fährt das Fenster wieder runter. Also ein Einklemmschutz ist vorhanden. Genauso eine Leseleuchte, geschuldet hier, dass wir das große Panoramadach haben, an der Seite angebracht. Aber auch hier keine LED-Technik, sondern mehr so ein Schummerlicht. Die Isofix-Halterungen verbergen sich hinter losen Kappen, die ich hier rausziehen kann, wenn ich denn möchte. Finde ich ja nicht so gut, weil die bei mir verloren gehen würden. Aber es gibt ja viele Leute, die sind deutlich ordentlicher als ich. Die Gurtpeitschen wieder starr, das ist natürlich positiv. Und die Gurtlänge gucken wir uns natürlich auch noch an. Wenn ich hier den Gurt mal kriege. So verhält sich das mit der Länge. Habe ich hinten auch schon längere Gurte gesehen. Aber das sollte zumindest für Kindersitze kein Problem sein. Bibisschalen müssen wir mal ausprobieren. Ich denke, das wird aber passen, weil Skoda sich ja durchaus familienfreundlich zeigt. Und da stelle ich jetzt einfach mal, dass es geht. Am Haltegriff habe ich dazu nochmal einen Kleiderhaken, auch hier vorne an der B-Säule. In den Türtaschen habe ich nur Platz für diese halbe Liter Flasche. Und die muss ich da auch schon so ein bisschen reinzwängen. Dahinter ist da noch ein bisschen Platz, aber nicht mehr viel. An der Rückseite der Vordersitze haben wir diese bekannten Zeitungstaschen. In der Mitte zwei Luftausströmer, links und rechts hier halt. Hinten sind die Sitze auch dreistufig zu beheizen, wenn man denn möchte. Und wir haben hier zwei USB-Anschlüsse hinten. Hier sieht man das ganz schön. Skoda kommt auch mit so einer iPad-Halterung. Ich könnte also das iPad hier mit USB verbinden. Oder aber auch eine andere Lösung nehmen. Denn ich habe hier auch nochmal 230 Volt und flacher Stecker. 50 Hertz, 150 Watt. Das ist natürlich lobenswert. Kann man zur Not seinen Notebook hier hinten auch immer schön aufladen. Gut, fehlt uns noch die Mittelarmlehne. Auch hier, genau wie vorne, haben wir wieder so drei Getränkehalter. Zwei größere, für die Flasche aber auch nicht rauskippelt. Allerdings wieder ohne Abstandshalter. Und in der Mitte nochmal was für so eine Dose, so eine kleinere, würde ich sagen. Das Ganze kann ich hier auch ganz öffnen. Dann habe ich eine Durchreiche nach hinten in den Kofferraum. Und könnt jetzt hier entweder was aus dem Kofferraum rausholen. Aber eigentlich ist es ja gedacht als Durchlade für längere Gegenstände. Hier hinten übrigens auch, das habe ich vorne gar nicht erwähnt, dass Lauren und Clement nochmal irgendwie so eingestanzt in das Alcantara. Ja, damit bin ich durch hier mit dem Innenraum-Check hinten. Bevor ich euch den Kofferraum präsentiere, erstmal einen Blick auf den Schlüssel. Das ist dieser Standard-VW-Schlüssel. Hinten drauf ein Skoda-Logo. Einen ausklappbaren Bart haben wir auch. Und drei Schaltflächen. Ich kann den Wagen verriegeln, entriegeln oder aber auch per Knopfdruck die Kofferraumhaube öffnen. Muss ich gedrückt halten. Und optional öffnet die sich jetzt auch elektrisch und gibt den Blick frei auf 610 Liter Stauvolumen. Sichtschutz brauche ich nur draufdrücken, dann fährt er sich ein. Und ich kann hier meine Rolle ganz bequem rausnehmen. Die passt nicht nur längs, sondern zur Not auch quer hinein in das Auto. Ja, gucken wir uns gemeinsam um. Ne, ich messe erstmal aus natürlich. So, die Ladekantenhöhe liegt hier bei 65 Zentimeter. Und die Heckklappe, mal gucken, da geht es nochmal ein bisschen höher. Die öffnet bis 2 Meter und 5 oder 7, würde ich glaube ich sagen. Jetzt einmal gucken, lass das mal kommen, halt an. Drücke. Die lässt sich also auch programmieren auf die jeweilige Höhe. Wenn eure Garage halt nicht ganz so hoch ist, dann könnt ihr das entsprechend einstellen, damit hier niemand zu Schaden kommt. Jetzt sehen wir uns mal um. Schalte ich wieder um auf die andere Kamera. Erstmal hier. Wir haben quasi einen zweiten Ladeboden. Ich kann also das ganze Ding hier auch ruppen und einmal rüberschieben. Dann ist das Ganze eine Runde tiefer gelegt. Auf der linken Seite habe ich von Kenton, also von dem Soundsystem vermutlich irgendwie den Subwoofer. Im oberen Bereich hier zwei Haken zum Einhängen von Taschen. Und hier sind auch nochmal beiden so Knebel eingesetzt. Da ist eine Kofferraumbeleuchtung. Und im unteren Bereich hier. Und da finde ich entsprechend nochmal zur Gurte. Im oberen Bereich aber auch nochmal. Und ja, wenn wir uns der anderen Seite zu. Hier sieht man ganz schön, da kann ich, wenn ich möchte, nachher auch den Sichtschutz verstauen, wenn ich den nicht brauche. Der hier oben ja drin hängt. Hier ist es die Verbandtasche, Warndreieck entsprechend. Wieder die zwei Knebel, die Beleuchtung und hier eine dieser Smart-Lösungen, Simply Clever-Lösungen meine ich. Eine herausnehmbare Taschenlampe, auch hier wieder die zwei Taschen-Geschichten. Die Heckklappe gucken wir uns nochmal an. Da ist aber wirklich nur der Knopf zum Schließen, den ich eben genommen habe. Und wenn ich den Sichtschutz jetzt also ausbauen möchte, dann schiebe ich den dann nur einmal rüber. Und kann den dann hier entsprechend rausnehmen. Das ziehe ich auseinander und kann das dann hier in den Haken reinschieben. Und habe hier quasi nochmal so eine Zwischenablage für nasse Geschichten oder Obst oder weiß der Geier was. Jedenfalls kann man das auch genauso schnell wieder rausnehmen und ebenfalls hier unten drin verstauen, wenn ich möchte. Also auch das verstaut und jetzt findet den Fehler. Ich hätte natürlich den Ladeboden hochnehmen müssen und die da drunter verstauen. Aber gut, was soll ich machen? Ein bisschen blöd bin ich schon. Okay, dann kann ich die Sitze hier umklappen. 60% fallen auf der einen Seite und die restlichen 40% wollen jetzt gerade nicht fallen, aber entsprechend auf der anderen Seite. Und damit mir niemand unterstellt, ich würde mir hier für euch keine Mühe geben, habe ich das nochmal ordentlich gemacht. Wenn der Ladenboden hier im oberen Bereich sitzt, dann habe ich natürlich auch eine fast ebene Ladefläche. Allerdings steigen die Sitze hier doch so ein bisschen an, wobei mit meinem spärlichen Gewicht, dass es darauf scheint, es doch eine ebene Ladefläche zu geben. Egal, ich messe mal und komme hier... Unsinn, ne? Ich bräuchte wirklich ab und zu mal jemanden, der mir sagt, was ich hier für einen Unsinn mache. Wenn ich die Sitzbank normal stehen habe, habe ich eine Tiefe oben 90, unten 1,04 Meter. Und wenn ich die entsprechend umklappe, dann habe ich hier bis zur umgeklappten Lehne eine Tiefe von 1,67 Meter. Und jetzt habe ich den Beifahrersitz noch ganz nach vorne geschoben. Da komme ich dann auf eine Tiefe von 2 Meter. Die Breite hier zwischen den Radkästen, ziemlich genauen Meter. Und dann messe ich hier nochmal brav aus. Am tiefsten Punkt habe ich eine Höhe von 73 und im Fahrzeug etwas weiter drin dann von 74. Dann muss ich mal sehen, ob das geht. Und dann messe ich das Ganze auch nochmal brav mit dem tieferen Boden. Man muss ja Sachen einladen. Und hier habe ich dann 86 Zentimeter, jeweils gemessen bis zur Decke. Und zum Sichtschutz messe ich auch nochmal. Vom tiefen Boden aus sind das 58 Zentimeter. Und vom hohen Boden aus dann 45 Zentimeter. Jetzt kommt noch der Test mit dem Fahrrad. Das Vorderrad lasse ich mal eingebaut. Die Sitzbank ist ungeklappt. Das habe ich mir auch nicht kompliziert vorgestellt. Das Fahrrad passt also rein. Insgesamt habe ich hier ein Ladevolumen bei ungeklappter Rücksitzbank von 1740 Litern zur Verfügung. Einmal gucken. Wenn ich das mal hier so ran halte. Ja, aber mit so im normalen Kofferraum wird es nicht klappen. 638 Kilo darf ich insgesamt zuladen. 75 Kilo davon dürfen wir aufs Dach geschnallt werden. Wem das nicht reicht. Man kann sich optional auch eine Anhängerkupplung verbauen lassen. Stützlast 80 Kilogramm. Damit darf man dann mit unserem Fahrzeug hier Anhänger bis zum Gesamtgewicht von 1,8 Tonnen ziehen. Wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf 730 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen jetzt auch beim Fahreindruck. Ich bin wie auf meiner kleinen Straße hier in Bielefeld. Das wird sich auch nicht wirklich erstmal ändern. Ihr hattet euch auch gewünscht, dass ich mehr im öffentlichen Straßenverkehr bleibe und nicht meinen Fahreindruck auf die Rennstrecke verlege. Wobei ich Teile bei Zeiten halt immer noch einsprechen möchte. Hier das bekannte Wendemanöver auf der Straße. Das ging relativ einfach. Ihr seht es auch, die Rückfahrkamera ist angegangen. Das ist jetzt hier wieder so eine Sache. Start-Stop kickt rein. Und dann kann ich das Lenkrad. Muss ich erst so ein bisschen dran zuppeln, dass ich das wieder bewegen kann. Eine Lenkumdrehung und nochmal so eine Viertel. Das so viel brauche ich zum Einschlag von der Lenkkraft. Und das ist sehr angenehm. Also ich brauche fast überhaupt keine Kraft, um hier mich entsprechend zu bewegen. Ich habe hier einen Fahrmodi-Schalter. Ich habe die Fahrmodi Eco-Komfort, Normalsport und Individual. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Schalte jetzt aber einmal in Sport, um die 184 Pferdchen mal in Wallung zu bringen. Dann mache ich ja gerne, dass ich hier einmal kurz stehen bleibe. Wenn von hinten nichts kommt, kommt nichts. Und jetzt mal durchbeschleunige auf 100. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Das war es doch schon. Also das geht relativ flott. Und das nicht nur im Sport, aber da halt dann schaltet er noch ein bisschen schneller. Und natürlich hier wieder schön langsam fahren. Unter der Brücke ist ja 50. Kann jetzt aber eigentlich mal auf die unterschiedlichen Fahrprogramme eingehen. Und zwar mache ich das, indem ich individual einmal anwähle und anpassen klicke. Hier sehe ich was, welche Parameter verstellt werden bei dem jeweiligen Programm. DCC, also Dynamic Chassis Control, das adaptive Fahrwerk, die Lenkung, der Antrieb, der adaptive Tempomat, das dynamische Kurvenlicht, die Klimatisierung und das war es auch schon. DCC, drei Einstellungen, Komfort, Normal Sport, Lenkung, Normal Sport, Antrieb, Normal Sport, Eco, ACC, Normal Sport, Eco und das dynamische Kurvenlicht, Normal Sport, Eco. So auch die Klimatisierung. Ne, da gibt es natürlich keinen Sportmodus, warum sollte es den auch geben? Jetzt wende ich hier mal fix, bevor die irgendwie komisch gucken. Dann, ja, auch im Wende haben wir überhaupt kein Problem mit dem Auto. Und ich gehe wieder zurück und beschleunige jetzt mal in Eco, was ja eigentlich keinen Sinn macht. Auch da noch mal einen Blick in den Rückspiegel. Läuft. Ganz anhalt muss ich nicht. 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Also geht ähnlich flott, aber der Eco-Modus ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man irgendwie langsam dahin fährt und der Motor dann entsprechend hochschaltet. Jetzt bei 65 im, ähm, 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 sinnvoll den Eco hier hoch zu beschleunigen. Ich wollte nur einmal auf 100 kommen. Wenn ich den Fuß vom Gas nehme, nimmt der Gang auch raus und segelt. Da sehe ich, dass die Drehzahl dann auf 1000 Umdrehungen pro Minute runterfällt. Und sobald ich wieder den Fuß aufs Gas setze, kommt dann auch entsprechend wieder die Drehzahl. Ich wollte eigentlich mal 100 fahren hier, aber das kann ich auch gleich noch auf der Autobahn. Kann ich vielleicht was zur Lenkung sagen? Die finde ich angenehm. Die ist jetzt nicht wahnsinnig direkt in dem Fall in Eco, aber dafür könnte ich ja in Sport schalten. Da merke ich dann schon, dass sie ein Tucken direkter wird, zumindest subjektiv für mich jetzt gefühlt. Ich habe trotzdem in der Mittellage für meinen Geschmack hier noch ein bisschen zu viel Spiel, wo halt nichts passiert. Ich fahre jetzt 50. Naja. Gut, nach wie vor bin ich in Sport unterwegs und fahre jetzt hier über meine Huppelstraße quasi. Also die ist ja sehr uneben, die nutze ich ja gerne, um das Fahrwerk ein bisschen zu beschreiben. Und ich muss gestehen, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht vom adaptiven Fahrwerk. Wir haben das DCC verbaut. Dynamic Chassis Control heißt, dass ich unterschiedliche Zustände habe, die Dämpfer also unterschiedlich eingestellt werden können. Und für mich persönlich ist es so, dass der Komfortmodus nicht komfortabel genug ist und der Sportmodus nicht straff genug. Und so frage ich mich oder würde sagen, wollen gerne, nee, mache ich natürlich auch. Lieber Skoda-Ingenieure, entscheidet euch. Entweder macht er den schön sportlich und dann muss ich mit Komforteinbußen rechnen im Komfortprogramm. Oder aber ihr macht ihn komfortabel und dann weiß ich, wenn ich in den Sport gehe, ist es halt nicht ganz so straff, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber so ist meines Erachtens doch ein relativ schlechter Kompromiss. Ja, statt Stopp kann man ja rausdrücken. Lasse ich natürlich hier ein Eco laufen. Ist aber auch so ein Problem wirklich mit der Lenkung. Also es ist kein wirkliches Problem, weil sobald man das Lenkrad bewegt, springt der Motor auch wieder an. Aber ich finde es halt seltsam, man rollt auf die Ampel zu, der Motor geht aus und dann willst du irgendwie etwas am Lenkrad machen und merkst den Widerstand. Und dann springt der Motor halt erst wieder an, wenn du so ein bisschen zuckst halt am Lenkrad. Aber nochmal zurück aufs Fahrwerk. Ich hatte auf meinen Testfahrten den Eindruck, dass das hin und wieder sogar ein bisschen holperig ist. Also selbst im Komfort, ich gehe da jetzt auch nochmal rein, den Komfortmodus. Also es ist jetzt nicht, dass es unkomfortabel ist, aber in Teilen fand ich das, war mir fast zu laut. Das kann jetzt natürlich bei mir wieder jammern auf hohem Niveau sein, weil ich so viele unterschiedliche Fahrzeuge fahre und im unteren Preissegment eurer Meinung nach schon lange, wie er nicht mehr unterwegs war. Aber das kommt mir gar nicht so vor, sondern ich finde wirklich, also jetzt hier so die Wellen, ich höre die. Ich spüre die gar nicht so, sondern ich höre die eher, als dass ich sie spüre. Und das finde ich halt schon so ein bisschen, ja, suboptimal, sage ich mal. Aber vom reinen Fahrkomfort ist es vollkommen okay. Also ich kriege jetzt hier keine Stöße in den Rücken durchgeschoben. Die Sitze sind auch sehr komfortabel. Von daher, das Zusammenspiel funktioniert schon. Ist mir halt irgendwie trotzdem, also ich würde es mir noch ein bisschen weicher abgestimmt wünschen. Ich mich richtig erinnere an das Superb damals, als wir den Probe gefahren sind, als der neu rausgekommen ist. Der hatte, habe ich den jetzt fast Französisch genannt. Und entweder möchte ich das halt fast Französisch haben oder halt richtig straff. Aber das ist hier so ein Kompromiss, den ich finde, der dem Auto auch nicht gut tut. Das ist, das ist überzogen. Das ziehe ich wieder zurück. Ich sage mal so, würde ich mir, ich würde es mir komfortabler wünschen. Generell, weil ich denke, dass der Wagen ein guter Langstreckenwagen ist. Ich bin auf vier Langstrecke gefahren mit dem Auto oder immer längere Autobahnpassagen zumindest. Und da würde ich mir wünschen, dass er halt noch ein bisschen ruhiger läuft und ein bisschen mehr abfedert. Aber alles im Rahmen. Schlimm ist das jetzt auch nicht. Eier ich gerade rum? Nö, ne? Nicht wirklich. So, jetzt nehme ich euch mit auf die Autobahn. Ich bleibe mal bewusst im Komfort-Modus, umgehe den Sport-Modus. Aber zeige den gleich auch noch mal. Beschleunige ihn mal locker hoch auf 100. Im sechsten läuft er jetzt bei 1700 Umdrehungen ungefähr. Jetzt gebe ich mal Vollgas. 110, 120, 130, 140, 150, oder geschaltet, 160, 170, 180, 190, 200. Bleiben wir nochmal auf dem Gas stehen. Das ist ja hier ein relativ ebenes Stück. 210, jetzt wird das Ganze natürlich zäh. Und jetzt muss ich auch eh vom Gas gehen, denn die Höchstgeschwindigkeit habe ich jetzt hier erreicht. Das wohlgemerkt nochmal Komfort. Weil ich denke, wenn ich im Langstreckenbetrieb unterwegs bin, würde ich immer den Komfort-Modus, dem Sport-Modus vorziehen. Weil der Sport-Modus halt immer ein bisschen höher dreht. Ich dementsprechend auch mehr Sprit verbrauche. Und das muss ich auf Langstrecken gar nicht machen. Für mich ist der Octavia halt ein wirkliches Langstrecken-Auto. Für andere vielleicht auch ein reines Familien-Auto. Aber gerade für die Langstrecke ist er meines Erachtens wirklich gut gemacht. Warum gehe ich da ein bisschen mehr drauf ein? Und mache mir auch meine Gedanken dazu. Den Corsa hier nehmen wir nochmal mit. Und gehe jetzt nochmal schön auf die Bremse. Die? Ausgebremst? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich versuche schon immer hier so zu fahren, bei meinen Fahreindrücken, dass ich möglichst wenig Leute belästige. Ich setze mal den Tempomaten jetzt auch auf 100 kmh. Also ich wollte noch gesagt haben, genau. Wir haben ja hier die 18 Zöller drauf. Vielleicht tragen die auch zu diesem Fahrwerkseindruck ein bisschen bei. Und der Wagen wäre auch 17 Zöllern vielleicht wirklich besser aufgehoben. Kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, weil ich nur die 18 Zöller dran habe und auch keine 17 Zöller mal eben draufstecken kann. Ich fahre jetzt also 100 im Eco-Modus. Bin auch da bei 1700 Umdrehungen. Der Wagen rollt fröhlich vor sich hin. Den Motor höre ich überhaupt nicht. Ist klar bei der geringen Drehzahl. Habe aber leichte Windgeräusche. Das ist natürlich jetzt ein bisschen das Schiebedach, was kommt. Vielleicht sollte ich das auch fairerweise nochmal hier verschließen, dass man noch so das letzte Quäntchen Schalldämmung mitnimmt in Form der Jalousie. Tatsache, wird ein bisschen ruhiger. Aber trotzdem so leichte Geräusche hat man halt. Jetzt gehen wir mal hoch. 120 kmh per Tempomat. Ja, auch da würde ich mir wünschen, dass er halt ein bisschen schneller hoch beschleunigt. Wobei das kann ich ja über den Individualmodus machen, dass ich da sage, hier fahr komfortabel, aber beschleunige vom ACC her wie im Sportprogramm. Jetzt bin ich bei 120 im sechsten Gang. 2000 Umdrehungen zeigt der Drehzahlmesser an. Die Geräuschkulisse ist meines Erachtens nicht großlauter geworden. Schleunige wieder hoch. 130 kmh sind das jetzt. Und komme jetzt auch bei 140 kmh an. Und selbst hier würde ich sagen, ich merke das ja immer, wie ich zu euch rede in die Kamera, ob ich meine Stimme jetzt hebe oder nicht, da merke ich auch keinen großen Unterschied. Also sage ich mal, bis 140 kmh kann man sich ja auch ganz normal im Auto unterhalten. Das ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit für das Auto. Und auch gerade wir im Hinblick auf den Langstreckenbetrieb, finde ich das durchaus sinnvoll, dass das alles so ruhig ist. Jetzt latsche ich nochmal aufs Gas. Eigentlich könnte ich dafür vielleicht auch nochmal den Sportmodus benutzen, um nochmal den Unterschied zu haben. Hinter mir ist noch relativ frei. Das schaffe ich. 100 kmh Vollgas. Also richtig zurückschalten will er nicht im dritten. Bleibt also im vierten. Könnte ich jetzt natürlich mit den Paddels nachhelfen, wenn ich wollte. Vorm roten Bereich im fünften. 160. 170. So, 170. Da merkt man jetzt schon einen Unterschied. Da wird das Ganze ein bisschen lauter. Und wenn ich jetzt nochmal weiter beschleunige, wenn der Vordermann mich lässt hier auf 200 hoch. Also ab 170 wird es wirklich dann schon ein bisschen ungemütlicher. Da merke ich auch, ich hebe meine Stimme. Aber gestern Abend zum Beispiel bin ich jetzt auch mit 200 nach Hause gefahren, weil ich einfach nur noch nach Hause wollte. Das sind jetzt 200. Da weht es schon so drumrum ums Auto. Das wird schon laut. Und da hebe ich sofort meine Stimme. Kann man mit dem Radio natürlich ein bisschen übertönen. Aber auf Dauer merke ich schon, so 140 wäre eigentlich eine bessere Reisegeschwindigkeit. Bis 160 ist alles noch in Ordnung. Danach wird es halt hier auch laut in dem Fahrzeug. Also weiterhin in Sport. Bin gerade bei 130 und schalte jetzt nochmal hier manuell durch. Drücke den Hebel also mal schön zur Seite, dass ich das mit dem Schalten selbst übernehmen kann. Und mal durchdrehe oder weiterdrehe, weil wenn ich ihn schalten lasse, geht er nicht bis in den roten Bereich rein. Und das ist jetzt ja quasi Schalten unter Last, was ja viele auch immer interessiert. Da reagiert das DSG, das 6-Gang-DSG aber auch sofort. Und lässt mich hier schön schalten. Jetzt das Ganze nochmal, hoppla. Und nochmal rückwärts. Ja, auch runterschalten. Jetzt ist er sofort um. Mein Fingertipp hier, zack ist der nächste Gang drin. Kein Delay, keine Verzögerung. Passt also auch. Also wenn ich wollte, könnte ich hier quasi auch über so einen sequentiellen Getriebe hoch- und runterschalten. Und um dann nochmal von der Kraftentfaltung generell. Ich finde die 184 PS stehen dem Wagen gut, vollkommen ausreichend. Und wenn ich jetzt Pendler wäre, Berufspendler, wäre der Octavia auf jeden Fall ein Auto. Was ich mir näher angucken würde vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch gerne mit der Motorisierung. Wobei ich ja mittlerweile dazu tendiere, ich persönlich würde glaube ich immer 150 PS nehmen. Weil man heutzutage eh die 184, hier 200, kommst ja kaum noch bei. Also zu den Zeiten, wo ich fahre, nachts schon. Aber so als normaler Berufspendler stehst du ja eher. Da werden dann andere Sachen wichtiger für mich. Bevor ich zu den Assistenzsystemen komme, wir haben hier das Panorama-Schiebedach, mache ich das mal auf. Ist jetzt also voll geöffnet. Fahre 130 laut Tempomat. Also der geht gerade ein bisschen runter. Gibt mir den Eco-Tipp, dass das hier nicht effizient ist. Habe so aber ein bisschen Luftzirkulation, bezahle die natürlich mit einem gewissen Pfeifen. Aber hier der kleine Bügel mit dem Netz hält halt wirklich, hört euch das mal an. Hält eine ganze Menge ab. Und das finde ich schon in Ordnung. Nun kann ich das ja auch hier so schrittweise wieder zufahren. Wobei das glaube ich dann erstmal nur den Passagieren im Fond zugute kommt. Rein von der Geräuschentwicklung mal davon abgesehen, dass er mich hier gerade ausbremst. Dank adaptiven Tempomaten. Tut sich da aber halt wenig. Also wie ich so mache, Luftzirkulation bleibt in etwa die gleiche. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal hinten aufstellen. Also jetzt nur hinten aufgestellt bei 130. Ich höre es kaum. Leichtes Pfeifen. Immer aus Gas. 150. Weiterhin leichtes Pfeifen. Merke aber, dass schon ein bisschen Luft hier reinkommt. Und zirkulieren kann. Das finde ich natürlich ganz gut. Ja, Skoda bedient sich hier im Volkswagen-Regal mit allerlei Assistenzsystemen. Wir haben also einen aktiven Spurhalteassistenten. Der den Wagen auch aktiv in der Spur hält. Also er versucht halt wirklich den Wagen immer in der Mitte zu halten. Er lässt ihn jetzt nicht hin und her pendeln. Um dann an den Spitzen immer nur nachzuregulieren. Sondern bleibt wirklich dabei. Die Hände, die ganze Weichenschniche am Steuer. Gleich wird er mich warnen. Genau jetzt. Und wenn ich dann die Hände nicht ans Lenkrad nehme, dann setzt der Assistent auch aus. Bis vorher kommt halt ein kleiner Warnton, dass man entsprechend Bescheid weiß. Dass das System aktiv ist, sieht man unten in der Anzeige. Wenn ich es aktiviert habe, ist da erstmal ein oranges Icon, was quasi die Fahrbahnspuren symbolisiert. Und wenn die Kamera hier vorne die Spuren erkannt hat, wird das entsprechend grün dargestellt. Und dann weiß ich, der übernimmt jetzt hier quasi auch Lenkaufgaben für mich. Beziehungsweise unterstützt mich beim Lenken. Wer noch nie mit so einem System gefahren ist, ist es immer beim ersten Mal ein bisschen komisch. Ich erinnere mich dann meine ersten Male. Aber das System gerade von Skoda funktioniert meines Erachtens wirklich gut. Beziehungsweise von Volkswagen. In scharfen Kurven oder in steileren Kurven bei höheren Geschwindigkeiten steigt es irgendwann aus. Aber es soll ja wirklich nur assistieren. Und dafür ist es wirklich meines Erachtens wirklich ganz gut aufgestellt. Wirklich, wirklich, wirklich. Ist ja Bescheid. Dann haben wir den adaptiven Tempomaten. Ich fahre jetzt mal hier. Okay, der steht auf 150. Der Kollege fährt deutlich langsamer. Jetzt bremst er mich also automatisch auch runter auf die vorgegebene Geschwindigkeit des Kollegen. Und hält dabei noch den Sicherheitsabstand an. Eigentlich ganz gut. Sonst hätte ich das wahrscheinlich vor lauter Quatsch in die Abfahrt verpasst. Stauassistent ist nicht beim adaptiven Tempomaten dabei. Das denkt man ja immer, wenn die Systeme beide dabei sind, dass das automatisch dann auch kommt. Aber ich glaube, hier wird dann nochmal gezeigt, was sich teuer bezahlen lässt und was man ein bisschen preiswerter kriegt. Und den Steuerassistent eben entsprechend nicht. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Und auch solche Sachen. Ich beschleunige jetzt hoch. Ich habe ja jemanden vor mir. Der fährt jetzt weg. Trotzdem gibt er halt entsprechend Gas. Hier hat er jetzt den Lenkwinkel aber durchaus erkannt. Beziehungsweise auch, dass der Vordermann noch in Reichweite ist. Und ich nicht wirklich hoch beschleunigen kann. Er hat aber auch schon so zwei, drei Momente gehabt, wo er dann stärker versucht hat zu beschleunigen. Also sowas macht er mit. Ich habe den Fuß nicht auf dem Gas stehen. Das geht entsprechend. Und jetzt fängt er halt an zu beschleunigen. Und mir persönlich ist das, ich bin jetzt im Sportmodus, doch ein bisschen zu langsam. Weil wenn ich selber Gas gebe, sieht das so aus. Und ein Zwischenweg dazwischen, also gerade wenn ich unterschiedliche Einstellungen habe hier über den Modusschalter. Und es gibt ein Sportprogramm für den adaptiven Tempomaten. Würde ich mir persönlich schon wünschen, dass der entsprechend schneller funktioniert. Beziehungsweise schneller dann beschleunigt. Vom Abbremsen ist das okay. Da ist es mir lieber erst ein bisschen konservativer eingestellt. Aber gerade bei der Beschleunigung habe ich manchmal so das Gefühl, gestern habe ich in der Stadt quasi, da hat er mich runtergebremst. Und bevor er dann wieder, als der Wagen halt abgebogen ist, in Quark gekommen ist, das hat schon einiges gedauert. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wir haben mal auf ganz hohem Niveau, da kann ich ja einmal mit einem beherzten Tritt aufs Gaspedal eine sanfte Beschleunigung einleiten, die mir dann eher angemessen erscheint. Ja, wir haben auch eine Verkehrszeichenerkennung hier. Also die Kamera erkennt nicht nur die Spuren, sondern auch entsprechend die Verkehrszeichen. Das hat auf meinen Testfahrten immer sehr gut funktioniert. Und das System ist ja jetzt auch nicht niegelnagelneu, sondern hat sich schon bewährt bei anderen Fahrzeugen im Konzern. Und ich finde es halt wirklich praktisch. Ich würde so eine Verkehrszeichenerkennung mittlerweile nicht mehr missen wollen. Auch da kann man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen. 1, 2, 3. Weil es gibt immer mal wieder so Gelegenheiten, wo sie nicht erkennen. Gerade wenn die links stehen Zeichen auf so einer Straße jetzt hier zwei, drei Spuren, hat sie manchmal Probleme. Also jetzt nicht die im Speziellen, sondern generell die Verkehrszeichenerkennungsgeschichten. Aber hier gerade im Skoda hat die eigentlich meines Erachtens immer funktioniert. Auch auf der Autobahn mit den dynamischen leuchtenden Zeichen und so weiter. Der adaptive Tempomat kommt ja auch mit einem Radar, der dann den Abstand zum Vordermann misst. So misst das Auto natürlich auch, wenn ich zu schnell auf dem Vordermann auffahre. Könnte ich jetzt mal machen. Übrigens den Gangwallhebel einmal nach hinten rupen, bin ich auch im Sportprogramm. Das versuche ich immer mit Schmackes auf dem Vordermann drauf. Ich traue mich nicht. War auch nicht schnell genug. Da gibt es hier nochmal so eine Warnmeldung. Hier Kollisionswarner, pass auf. Und genauso hatte ich auch in dem Auto, das fand ich ganz lustig, beim Rückwärtsfahren ruppt er dann völlig in die Bremsen. Weil ich bei mir in einer kleinen Straße immer an so einen Baumrand fahre. Also quasi Stoßstange kurz vorm Baum. Und das wollte er eigentlich nicht zulassen. Da war ich ihm wahrscheinlich zu schnell. Da hat er mich also richtig ausgebremst. Das ist ja immer ein schönen Genick dabei. Aber mir ist es lieber, die Systeme erkennen sowas erstmal. Und dann nähert man sich vorsichtig nochmal an, als dass man irgendwas übersät. Übersieht und dann das Auto halt entsprechend kaputt fährt. Ja, dann noch was hier zu dem großen Infotainment-System, was wir verbaut haben. Das ist ja das gleiche im Prinzip, was wir auch aus dem Golf schon kennen. Ich persönlich habe meine Probleme mit diesem System. Ich finde es schick vom Aussehen. Mich nervt aber mittlerweile hier meine ganzen Fottfinger, die man sieht. Also vermutlich würde ich das ständig abwischen. Praktisch wahrscheinlich nicht, weil ich nie ein Tuch dabei hätte. Also würde ich mich das öfter mal drüber ärgern. Damit muss man auf jeden Fall rechnen. Was ich aber schön finde, ist, dass hier Skoda zumindest am Lenkrad ein Drehrad hat. Was ich ja hier vermisse. Also ich verstehe wirklich überhaupt nicht, warum sie die Drehräder weggelassen haben. Gestensteuerung hin und her. Hat das überhaupt welche? Ich weiß es gar nicht. Muss doch eigentlich auch haben, oder? Naja. Also hier mit dem Swipen und so, das funktioniert ja auch alles. Das System ist auch responsive. Da will ich gar nicht meckern. Aber ich brauche trotzdem einen Knopf. Und ich finde, am deutlichsten sichtbar wird das halt, wenn ich in der Navigation bin. Nämlich hier hatte ich vorher die Möglichkeit, rein und raus zu zoomen. Mal eben so. Was muss ich jetzt machen? Pitchen. Und da sage ich, nee Kinder, echt. Das nervt total. Und vor allen Dingen, bei jedem Pitchen kann ich dann nochmal das Auto zentrieren. Also das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass beim nächsten Update das Navigationssystem sowohl im Skoda, aber auch beim VW hier wieder entsprechende Drehräder kommen. Also das macht einfach keinen Sinn. Aus meiner Sicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe zumindest am Lenkrad einen Drehregler, mit dem ich die Lautstärke verstellen kann. Das ist ja im VW, da habe ich auch noch so einen Kippschalter dafür. Und da finde ich die Skoda-Lösung eindeutig besser. Weil da kann ich wirklich mal eben hoch, runter. Das ist schnell gemacht mit dem Daumen. Das verbaute Lautsprechersystem hier würde ich nicht upgraden wollen. Finde ich vollkommen ausreichend für das Auto. Reicht auf jeden Fall auch bei höheren Geschwindigkeiten, um ansprechend Musik zu hören. Und ich bin dann manchmal doch echt erschrocken, fasziniert, dass manche Hersteller es hinkriegen, mit der Serienausstattung schon ordentlichen Sound zu generieren. Das heißt, höhenklar, besser ordentlich und die Mitten nicht verwaschen. Während andere Hersteller irgendwelche richtig teuren Premium-Soundsysteme in ihren Autos anbieten, wo dann die Mitten irgendwie völlig ausgewaschen sind und es auch nicht Spaß macht, Musik zu hören. Aber hier in der Preisklasse auf jeden Fall alles super, alles in Ordnung. Krieg von mir einen Daumen hoch. Also jetzt kein tip-top-supergeil, bestes System, das ich je gehört habe. Aber in der Preisklasse ist das sehr ordentlich und man muss nichts ändern. So, das war's. Das war mein Review hier vom Belserwerk mit dem Skoda Octavia Kombi und dem 2-Liter TDI mit 184 PS. Skoda sagt ja, Nestsverbrauch 5,1 Liter sind möglich. Ich bin jetzt hier gefahren und habe insgesamt über 1200 Kilometer einen Verbrauch von 8,3 Liter erfahren. Aber ich bin auch jahrmäßig gefahren. Also viel Autobahn und dann, wenn Autobahn, auch eher zügiger. Jetzt nicht die ganze Zeit, weil die Autobahnen, die ich fahre, haben mittlerweile ziemlich viel Tempolimit. Aber wenn es dann ging, dann halt offen. Heute bin ich nochmal zum Belserberg gefahren, ein bisschen Piano. So Tempomat 150, da wo es ging, ging aber meistens gar nicht. Auch mal 100, auf der Landstraße brav 100, Tempomat hinterm LKW her. Und da bin ich dann mit 6,4 Liter rausgekommen. Und ich sage mal, man kann den Wagen auch mit 6 Liter fahren. Also ohne sich jetzt groß zu verbiegen. Allerdings ist da nichts mit Sportlichkeit. Und dann würde ich auch fragen, warum kaufst du dann den 184 PS Diesel? Dann wird doch der 150 PS auch locker reichen. Ja, ich habe hier meine drei Bewertungskriterien. Fahrspaß. Und gemessen an der Fahrzeugklasse kann man mit dem Wagen durchaus so ein bisschen Spaß haben. Selbst mit dem Diesel. Ich persönlich fahre ja gern mit Allradantrieb, das wisst ihr. Und von daher kann man die eine oder andere Kurve ruhig ein bisschen schneller nehmen, weil man richtig schön Traktion hat und das geht auch alles. Aber jetzt ist es natürlich kein Rennwagengefühl. Musst du ja auch gar nicht haben hier in dem Wagen. Aber wenn das dann eine Familienkutsche werden soll, dann kann Fatih auch mal seine fünf Minuten haben und ausnutzen. Wenn du den als Außendienstler nehmen willst, kommst du zumindest zügig von A nach B. So viel ist gesagt. Wobei gerade da oberhalb der 200 wird es halt ein bisschen mauen. Also da ist da nichts mehr mit Pokalen zu holen. Okay, Fahrkomfort habe ich euch gesagt. Das DCC hat mich überhaupt nicht begeistert. Würde ich persönlich weglassen. Kostet glaube ich auch 920 Euro Aufpreis. Zumindest in der Abstimmung, in der ich es jetzt hier gefahren bin. Macht das für mich persönlich keinen Sinn. Müsst ihr für euch ausprobieren. Vielleicht hat der Händler vor Ort das ja auch im Testwagen entsprechen. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Es sind ja auch genug Leute, die den Wagen schon ein paar Jahre fahren. Und ich glaube auch nicht, dass die Abstimmung jetzt groß geändert haben mit dem Facelift. Aber damit ein hergehend Komfort hätte ich mir ein bisschen höher gewünscht. Dafür sind die Sitze eigentlich ganz gut. Und die machen eine ganze Menge wieder wett. Aber ich will glaube ich das normale Fahrwerk einfach, nee, im Häkchen dran. Okay, Alltagsnutzen. Ja, wendig ist er. Lässt sich gut lenken. Mit der Rückfahrkamera kann man auch hervorragend einparken. Alles kein Problem. Einen großen Kofferraum habe ich zur Verfügung. Fünf Erwachsene sehe ich nicht, aber vier. Dafür mit jeder Menge Gepäck. Und 683 Kilogramm Zuladung ist natürlich auch ein Wort. Kann man einiges mit machen. Ja, da sage ich mal, das war es von meiner Seite aus. Fragen bitte gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich wie immer und sage Tschüss, bis dann. Euer Jan. Das Facelift der dritten Puella. Ach Quatsch. Und, ähm, und, ähm, ja, nix und. So, das war es. Das war mein Review zum Skoda Octavia Kombi mit dem 1,5.